Borre II war ab 947 Graf von Barcelona, Girona und Osona sowie ab 948 von Urgell, Leben. Seine Eltern waren Sonnieri, Graf von Barcelona und Richard von Ruerck. Nachdem sich sein Vater 947 ins Kloster zurückgezogen hatte, erbte er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Miro die Grafschaften Barcelona, Geronne und Osona im darauffolgenden Jahr. Nach dem Tod seines Onkel Sonnifred II auch die Grafschaft Urgell, da die Macht der westfränkischen Könige in der spanischen Mark im Schwinden war, suchte Borrell sich durch Verträge mit dem Kalifen von Cordoba abzusichern, was jedoch 985 nicht die Zerstörung Barcelonas durch Almansur verhinderte. Gegen die Bedrohung durch die Mauren hatte Borrell im Jahr 985 die militärische Hilfe seines Lehnsherren, König Lothar, angerufen. Der sich zwar zu einem Feldzug in die spanische Mark bereit erklärte, aber noch vor den Vorbereitungen dazu im Frühjahr 986 verstarb. Dessen Nachfolger Ludwig V. blieb in dieser Angelegenheit und tätig. Offenbar hatte Borrell auch an den 987 gewählten König Hugo Capet ein Hilfsgesuch gerichtet, der jedenfalls in einem Antwortschreiben aus dem Spätjahr 987 das Erzbischof Gerbert von Reims verfasste. Einen Feldzug in den Süden versprochen hatte, sofern ihm Borrell bis zum Osterfest 988 eine Gesandtschaft an seinen Hof schicken werde, die ihm seine Lehnstreue beschwöre. Von einer Gesandtschaft oder einem Treuebekenntnis Borrells zum neuen König ist nichts bekannt, genauso wenig wie dieser nie einen Feldzug in die spanische Mark angetreten hatte. Dies war das letzte Mal, dass ein katalanischer Graf die Unterstützung eines fränkischen Königs angerufen hatte. Borrell und seine Nachfolger hatten in ihren Territorien fortan losgelöst von der königlichen Autorität geherrscht, die von der jungen Kapetinger Dynastie überhaupt kaum noch über die Leure hinaus in den Süden zur Geltung gebracht werden konnte. Damit wird besonders von der nationalen Warte aus betrachtet häufig in dem Jahr 986 die Kasekundendatum zur faktischen Unabhängigkeit Kataloniens vom fränkischen Reich erkannt, die allerdings für fast 300 Jahre nur eine einseitige Angelegenheit blieb. Die fränkisch-französischen Könige hatten erst im Vertrag von Corbeil von 1258 ihren Verzicht auf jede gebieterische Autorität über Katalonien geleistet. 967 besichtigte Borrell II das Kloster St. Gerald von Aurillac und der Abt bat ihn, Gerbert Aurillac mit sich zu nehmen, damit der junge Mann Mathematik in Spanien studieren könne. In den folgenden Jahren studierte Gerbert in der von Christen gehaltenen Stadt Barcelona und vielleicht in den islamischen Städten Cordoba und Sevilla 969 machte Borrell eine Pilgerreise nach Rom und nahm Gerbert mit. Gerbert traf dort Papst Johannes XIII. und Kaiser Otto I. Der Papst überzeugte Otto, Gerbert als Tutor für seinen jungen Sohn, den zukünftigen Kaiser Otto II. Einzusetzen nach seinem Tod folgte ihm sein ältester Sohn Raimund Borrell in Barcelona. Die Grafschaft Urgel fiel an den zweiten Sohn Emengol. Familie, er heiratete vor 968 Leutgart. Der Ehe entstammten fünf Kindertochter. Raimund Borrell, Graf von Barcelona, Lemniskate, Emesende von Carcassonne, Emengol I., Graf von Urgel, Lemniskate, Gerberga, Ermengade, Lemniskate, Geribert, Vizegraf von Barcelona, Richild, Lemniskate, Odellat, Vizegraf von Barcelona. Seine zweite Gattin war Heimerud. Seine zweite Gattin war Heimerud.